wie findest du denn in wieso gesang von hardcore oder metal bands ach du meinst sie bekloppt wieder in irgendwelchen schuppen auftreten ja was weiß ich da rumlaufen als wenn so was weiß ich der teufel hinter denen herwerk als wenn die keine ahnung die müssen irgendwann genommen haben hat denen nicht bekommen ist denn was weiß ich die 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 springen da rum die was weiß ich schlagen auf ihre gitarre ein die kreischen und 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 wirbeln mit dem kopf durch wie so ein derwisch wie so ein als wenn die besessen werden werden das hört sich an für mich das gekreische und gekwieke und gemache wie so ein mäusegulasch als wenn man da zehn mäuse klein schneidet mit messer und dann dieses geräusch aufnimmt also tut mir leid für so ein mäusegulasch gesang habe ich nichts über